Der GF-Koppeln wäre nicht schlecht. Äh, Austausch. Du mit... Nee, Quatsch. Äh... Cell mit Squall. Irvine mit dir. Und... Renoir mit Selfie. So. Items. Hype-Kotionen. Und... So. Lauf nach links. Ich will aber keine GF benutzen. Ich hau da so drauf. Lauf, lauf! Der Feind kommt von drüben. Von wo? Hey! Nimm, Renoir. Ich hab's von Squall. Ich werde dir das gleiche... Was? Ich werde dir das gleiche machen. Warte also so lange. Wie hast du ihn überzeugt? Hm. Ich hab nur gesagt, dass er mir... Mir's leihen soll. Wie diesem scheiß Ring, Mann. Cooles Teil, aber zu groß. Du willst ihn doch jetzt... Doch nicht jetzt... Was? Du willst ihn doch nicht tragen. Komm jetzt! Pfeifen, ey. Wow. Oh, Renoir. Ja, das ist schon mal super. Ich würd mich festhalten. Nein, ich komm nicht ran. Ach was. Lass uns was langes suchen. Durchhalten. Wir sind gleich zurück. Ach, komische Gedanken im Kopf. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn da was langes suchen? Ich seh ja nichts. Scheiße, hier gibt's ja nichts, was wir tun können. Hm, vermutlich nicht, nein. Ja, was weiß ich denn hier? Hier liegt nichts rum. Was ist denn lang, was ich nehmen kann? Was darf ich so? Zweitkämpfen, oder was? Scheiße, Soldaten hier, ey. Aero Aquamedica, naja. Jetzt ziehst du. Nicht schlecht. Geht besser, aber nicht schlecht. Ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss. Ich glaube nicht, dass ich hier raus muss. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube es nicht. Shooter Check. Sehr gut, Sell. Trotzdem könntest du jetzt langsam mal umfallen hier. Danke. Der hatte Engel, verdammt. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Ich glaube nicht, dass es... Ich muss ja Renoir retten. Renoir hängt da jetzt. Und es wäre blöd, wenn... Wenn ich da jetzt durch die Schule latsche. So denke ich jetzt zumindest. Naja. Ja, ein Soldat. Und dann auch noch ein Überraschungsangriff. Geht ja gar nicht, ey. Tschüss. Da fallen sie, wie die Fliegen. Okay. Wie kriegen wir Renoir da wieder weg? Aber hier kann ich auch nichts machen. Muss ich doch weg. Das ist doch scheiße, Mann. Ei, 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 ei. Warte, hier lang. Nee. Hm. Gut, Leute. Ich habe keine Ahnung. Okay. Nehmt erst den Kleinen vor. Der geht schneller down. Und jetzt kommt der. Mal sehen, wie viel der aushält. Nicht wirklich viel. Äh. Cell. Jetzt nicht übertreibe jetzt hier, ne. Nicht zeigen. Joa, ich habe es wohl drauf. Ich bin stark. Gebt dir das für den nächsten Bossfight auf. Okay, wir gehen doch mal hier raus. Na? Irgendwo muss ich doch hin. Da ist abgesperrt. Da komme ich nicht durch. Das heißt, mir bleibt bloß der Weg nach unten. Und Schuss. Oh, nochmal Schuss. Hä, was hat mich denn vorher anders gemacht wie jetzt? Ich glaube, es ist 2000 Schaden. Ah, je. Ah. Danke. Also greifst du mal alle Cell an, Mann. Irwin ist auch noch da. Danke. Sehr schön. Okay. Shiva, Ifrit und Karunkel. Pandemonal Leveler. Dann gehen wir halt mal runter, ha? Lass mich raten. Ich renne jetzt zu Swall und sage, Swall. Äh. Oh lolololololol. Hilfe. Mie, mie, mie. Swall. Der Feind kommt vom Haupttor. Äh. Swall. Hallo. Ja. Scheiße auf Renoir. Vollkommen egal. Ich bin richtig. Sehr gut. Hey, Swall. Renoir. Renoir ist... Sieht nicht gut aus. Scheiße. Hörst du mich, Swall? Die Klärschenräume werden angegriffen. Dort sind Schüler von der Unterstufe. Sie brauchen schleunigste Hilfe. Der Feind, der dreht bei. Swall, denk an Renoir. Ich weiß, Renoir ist aber nicht die einzige, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Swall. Renoir ist doch... Ich muss drei Gruppen bilden. Wer soll denn meine Truppe? Äh. Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm. Selfie und Christus? Christus und Irvine? Irvine? Ja, ich nehme Irvine und Selfie. Komm, was soll der Geiz? Christus, du bleibst hier bei Shu. Verstanden. Irvine und Selfie, komm mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Und Cell überlegt dir, wie wir Renoir retten können. Renoir retten können. Du holst sie auf jeden Fall da raus, okay? Yeah! Wow! Kulitisation. Na? Ach, da bin ich. Ja, ich muss doch jetzt zu den Klassen rein. So, wir müssen schnell gucken. Irvine ist gekoppelt. Squall nicht und Selfie auch nicht. Äh. Du mit Cell. Und du mit Twistis. So, jetzt müssten doch alle... Ne, mit Renoir. Entschuldigung. So. Jetzt brauche ich noch einmal. So. Okay. Squall, Squall. Schnell zu den Klassenräumen. Zweiten Stock. Der Feind kommt aus der Luft. Ich weiß. Schnell zu den Klassenräumen. Zweiten Stock. Ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ich bin ein aufmerksames Spieler. Manchmal. So. Elevator. So. Schnell. Klassenräumen. Zweiten Stock. Wer hier rein, oder? Oh, oh. Diese sind hier aber auch viel besser ausgerüstet wie wir. Das ist doch scheiße. Oh, oh. Ach, das sind gar keine Kampfbrotter. Ah. Komische Grafik. Sieht ein bisschen komisch aus momentan. So, Leute. Beseitigen jeden hier. Irgendwann, beseitigen. Wie schrecklich. Verdammt, zieht's. Wir brauchen kein Schweigen. Ich werde keinen Jeffs benutzen. Okay. Ist euch klar, dass Selfie schon... Ach, nee. Es trifft dann. Ja, doch jetzt. Ja, klar. Es ist dann eben gegangen. Scheiße, ey. Angriff! 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 Na? Und. Bam! Ach ja. Ja, das ist relativ... Jetzt macht er mich langsam. Die öde... Relativ einfacher Kampf doch jetzt. Und Bam Punkt für mich Zwei Phönixfedern Zwei Heilportionen, sehr schön 12 AP Okay, Leviathan hat was Neues erlernt Leviathan Da Kann ich dir denn jetzt beibringen Heilen Geist plus 20% Passt schon Ich brauche aber Ich möchte meine Geist mehr kleines Bis zum nächsten Mal.